Lieber Vorstand des RCM und vor allem liebe Mitarbeiterinnen, es ist unglaublich, dass heute alles passiert ist. In einer Werkhalle aus Holz habt ihr einen ganzen Zwischenboden eingezogen, das in zwei Tagen. Wir haben die Büros im Lichtbiethaus fertiggestellt, dank euch. Wir haben Schilder, die sozusagen schon sehr ausgeglichen waren, wieder mit einer Farbe belebt. Wir haben in den Wohnungen zur Hospizbegleitung letzte Handgriffe getan. Wir haben den Dachboden entrümpelt und all der Staub, der jetzt oben war, liegt jetzt an uns. Wir haben im Hintergrund sieht, was fleißig gegärt wird. Liebes RCM-Team, vielen, vielen Dank für all diesen Feenstaub, den ihr über uns zaubert und dass ihr an uns glaubt, dass ihr an unserer Seite seid und dass ihr einfach da seid.